Ein wunderschönen guten Morgen. Hier ist Seven. Desto da, ihr merkt eine seltsame Uhrzeit, wo das kommt. Das ist der Gaag. Guten Tag. Der hat mich eingeladen, vorbeizuschauen. Und zwar müssen wir eine kleine Wanderung machen. So halbwegs durch die Zeit, könnte man fast sagen. Wir gehen jetzt hier vorwärts. Und zwar hat der Gaag mit Grisuk hier mir ein kleines Geschenk gemacht. Warum? Einfach so, weil wir es können. Weil ihr es könnt. Genau. Wir gehen jetzt hier nämlich lang. Und zwar zeigt das hier ein bisschen den Anfang. Alles noch an Ebene. Nichts Schwieriges. Und dann kommt der erste Hügel. Viel Arbeit steckt dahinter, hier hochzukommen. Auch wenn das ein bisschen extrem wirkt gerade, wenn ich sage, hier hochzukommen. Aber egal. Ein weiter Weg mit Gestrüpp und allem drum und dran. Es geht auf und nieder. Kein Wunder bei solchen Abonnenten wie mich. Ja eben. Gaag von Anfang an dabei. Kennst du den Weg, wie es weitergeht? Ich folge dir. Ja. Es ist auf jeden Fall ein schmaler Grat hier irgendwo noch. Ja, ich folge dir einfach, weil du führst mich hier gerade. Genau hier ist der schmale Grat. Einfach mal folgen. Ja. Und schon wieder geht es hoch und runter. Ein immer wiederes Auf und Ab. Da hoffen wir, dass wir oben bleiben, ne? Das hoffe ich auch. Ah, und hier haben wir auch den Stein des Anstoßes. Oh, sehr schön. Den Stein des Anstoßes haben wir auch gleich. Wir können ihn da nicht anstoßen. Ne, leider nicht. Und ich folge weiterhin Garg. Ich bin nur am folgen. Aber eigentlich folgen wir doch alle dir. Nicht wirklich. Ich folge euch. Eure Vorschläge, eure Ideen, eure Meinungen. Denen folge ich. Das geht wieder einen Schritt aufwärts. Seht ihr was? Du siehst was. Ich erkenne auch was. Ich sehe was am Ende. Am Horizont. Etwas gelbes. Ein Ziel. Ein Ziel. Gehen wir zum Ziel. Wir haben endlich ein Ziel auf unserer Reise gefunden. Aber es ging immer ganz kurz runter. Ist es ein Etappenziel oder das endgültige Ziel? Es ist ein Etappenziel. Es gibt kein richtiges Ende. Ah, okay. Und du lässt wieder deine Sachen fallen. Ja, hier sind manche schon zu Ende geblieben. Die kamen nicht weiter. Einige sind auf der Strecke geblieben. Richtig. Aber dank euch kam ich weiter. Und zwar bis zu diesem Punkt. Jetzt könnt ihr es eigentlich nicht richtig sehen. Deswegen müssen wir ganz kurz ein wenig cheaten. Das macht man übrigens auch hier. Wir fliegen nämlich. Auch nur mal ein bisschen für dich. Oh, es wird dann noch hell gemacht. Wir zaubern hier. Vielen Dank an euch alle, die bis jetzt abonniert habt. Vielen Dank an Krizukia und Garg, die das hier zusammengeschustert haben. Auch wenn sie es nicht wirklich geheim halten konnten. Leider nicht. Weil es quasi schon beim Streamen mehr oder weniger rauskam, dass irgendwas kommen wird zu meinen 100 Abos. Vielen Dank. Außerdem da auch jemand einfach mal ins Spiel reingeschneit ist. Ja gut, aber ich kam ja nicht in die Nähe. Das stimmt. Mir kannst du keinen Vorwurf machen. Nein, nein. Aber du hast es verdient. Ihr habt es verdient. Wo immer du gerade sein magst. Irgendwo da unten. Ich bin unter dir. So wie sich das gehört. Alles ist geregelt. Auf gleicher Höhe. Wärts sei gesagt. Ach, jetzt auf einmal oder was? Ja, ja. Ja, Tatsache. Ja gut, ich beuge mich eher ein bisschen. Weil ohne so Leute wie Garg, Krizukia oder auch Ichigo und Alice, die mir den Pausenbildschirm gemacht haben, wäre ich nie so weit gekommen. Gleiches gilt auch. Ein Riesendank an die Barcate, Alex und Jocko, die sich erbarmt haben, mit mir zusammen Toss zu spielen. Daraus wurde dann auch noch ein TTT. Daraus wurden mehrere Livestreams, von denen sicherlich noch ein paar kommen werden. Dazu zählt auch Gorondor, der mit Ras und Tat zur Seite stand die ganze Zeit. Meine Nervereien ausgehalten hat. Obwohl ich ja gar nicht so sehr nerve, oder Garg? Ich sag mal nichts. Da steht Nein im Drehbuch. Du musst Nein sagen. Oh, Entschuldigung. Nein, du nervst niemals. So, sehr schön. War das jetzt glaubhaft? Ja, war gut. 100 Euro bitte. Ja, kommt später. Ich überweise es dir. Okay, danke. Ja. Dann auch noch ein Dankeschön natürlich an Kokain, der seine Musikkosten zur Verfügung stellt. Das sag ich immer wieder. Und kann ich gar nicht oft genug sagen. Weil ohne ihn gäbe es zum Beispiel das Intro nicht. Die Musik im Intro oder in den Streams, die ich da dort laufen lasse. Und vielen Dank natürlich nochmal an euch alle, die hier da seid, die Videos anschaut. Weil die Streams mit dabei sind, auch wenn sie bis morgens um 5, 6 oder bis um 8 Uhr sogar gehen. Immer sind ein paar Leute da, die bis zum Ende da sind, die mitspielen. Deswegen haben wir es eingeführt, dass ihr mit auf den TS-Server könnt. Während wir Town of Salem spielen, damit wir noch engeren Kontakt zu euch aufnehmen können. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Habe ich glaube ich jetzt drauf genug gemacht, oder? Definitiv. Aber auch, ich bedanke mich bei dir für einige unthaltsame Stunden. Für tolle Spiele, bei denen man gut mitspielen kann. Tolle Mitspieler. Und ja, ich denke mal, was du über deine Abonnenten gesagt hast. Die, die ich kennenlernen durfte, kann ich es nur zurückgeben. Oder erwidern. Oder wie auch immer. Lauter nette Leute kennengelernt, auch dank dir. Dank der Buckhead. Ja. Warum diese Kleinigkeit hier. Ich weiß, dass auch jeder von sich hat, ich habe eh die beste Community. Definitiv. Aber ich glaube, wir müssten vielleicht doch nochmal ganz kurz gucken, ob wir doch den Knalleffekt reinbringen, oder? Knalleffekt? Ja, einen kleinen Knalleffekt. Wolltest du ihn reinbringen? Vielleicht. Ja, ich habe ganz kurz einen Cut, weil wir hatten gerade mal zwei Minuten was zu tun. Ich weiß ja, ihr seid sicherlich genauso drauf wie ich. Ihr mögt Sprengungen. Und Garg hat sich bereit erklärt, das hier alles in die Luft jagen zu lassen. Und ich darf drücken, ich darf drücken. Ja. Viel Spaß beim Daumenkino. Vielen Dank nochmal. Ich habe mich wiederholt. Mal gucken, ob ich treffe. In der Hoffnung, dass ich keine 100 Schuss brauche. Das war immer eins. Ich bin doch voll im Fadenkreuz. Weißt du was? Moment. Moment. Cheatest du? Nein, ich cheate nie. Ich habe mir ein Geschenk gemacht. Bitte, bitte. Bedien dich. Okay. Es geht los. Mach mal Menü aus. Hab ich. Und so viel Daumenkino ist es doch nicht. Das Tolle ist, jetzt brennt sich dieses Ding doch quasi noch in den Boden rein. Ja. So, mit diesem wunderschönen Bild lassen wir euch schweigend alleine. klar. Was? Lieber. Wunderschön. Auf jeden Fall. So, Krian, ich verlasse dich jetzt. Du darfst aufräumen. Hey, hey, was soll das? Was soll das? Was soll das? Okay. Ja, ich bin dann demnächst ein bisschen beschäftigt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal. Ciao. Ciao.